Liebe Freunde, hier ist euer Steinbein. Willkommen zurück bei Aggressors Ancient Rome. So, wir sind in der Runde 2. Viel erklärt wurde in Runde 1, aber ich kann euch vorwarnen, es wird nicht weniger, denn es gibt noch so viel Interessantes an dem Spiel zu zeigen. Als erstes möchte ich euch nochmal hier auf die Minen hinweisen, weil wir das beim letzten Mal noch nicht sehen konnten. Jetzt, wenn man hier rüberfährt, sieht man, dass zum Beispiel dieser Steinbruch 1,3 Steine nach Rom bringt. Oder überhaupt damit verbunden ist, mit der Stadt Rom. Dieser Schmied, den wir gebaut haben, da war ich das letzte Mal ein bisschen verwirrt, der ist noch nicht fertig gebaut. Der wird erst in einer Runde fertig gebaut werden und der wird dann diesen Steinbruch verbessern. Der wird mehr transportieren. Man kann ihn noch weiter verbessern, indem man eine Straße da durchgehen lässt. Zum Beispiel ist hier bei der Goldmine, das ist der Fall, 1,6 wird hier nach Neapel gebracht, über diese unbefestigte Straße. Man kann diesen Wert noch erhöhen, indem man noch bessere Straßen hat und so weiter und so fort. Dann gibt es auch noch weitere Wirtschaftsgebäude, die das verbessern können, im Laufe des Spiels über Technologie freigeschaltet. Also, insofern denke ich, war das mit dem Schmied hier eine ziemlich gute Aktion, der hier in den Bergen jetzt dann Arbeit leistet. Wichtig ist jetzt, nochmal in die Städte reinzugucken. Wir sehen nämlich jetzt hier nach der ersten Runde, wie viel eine Stadt produziert und wie viel sie verbraucht. Städte produzieren Wissen und Einfluss. Das ist das Einzige, was Städte im Prinzip produzieren. Und sie verbrauchen. Sie verbrauchen alles andere im Prinzip, die ganzen Verbrauchsgüter, vor allem natürlich Getreide, aber auch Steine und Kohle und so weiter und Eisen. Ihr seht das hier. Holz und Gold nicht so sehr. Ja, wozu man Wissen und Einfluss braucht, dazu kommen wir später. Ganz wichtig ist, je größer eine Stadt ist, umso mehr Wissen und Einfluss produziert sie. Und je größer sie ist, umso mehr Rohstoffe verbraucht sie. Also die Einwohner in dieser Stadt verbrauchen logischerweise die Rohstoffe. Jetzt muss man wissen, dass sozusagen diese Einkommen, die man erzielt aus den Feldern hier, die ich am Anfang mal erklärt habe, die werden nicht verrechnet oder so. Die fließen direkt hier oben in die Einnahmen gewissermaßen rein. Und von den Gesamteinnahmen, von den Gesamtbeständen werden dann die Ausgaben beglichen einer Stadt. Also man muss das nicht noch so fein justieren. Das ist der Clou ist jetzt allerdings, und das ist wirklich eine ganz interessante Mechanik, die das Spiel hat, dass man jetzt das Bevölkerungswachstum mit den Ressourcen, die man so bekommt, ins Verhältnis bringen muss. Das heißt, man kann also nicht unendlich wachsen, wenn man nicht auch entsprechenden Ressourcenwachstum gleichzeitig irgendwie hat. Weil natürlich die Bevölkerung, habt ihr ja gesehen, die verbraucht Ressourcen. Ressourcen kann man natürlich irgendwie durch Handel dann auch zuholen, wenn welche Mangel sind. Oder eben durch weitere Verbesserungen der Technologien, durch Eroberung, alles Mögliche. So, wie sieht es jetzt aus mit dem Bevölkerungswachstum? Ein ganz entscheidender Punkt. Ihr habt ja gesehen, wenn ich Siedler, oder ich glaube, ich habe es noch nicht gesehen. Ich gehe mal nach Rom und hier könnte ich jetzt einen Siedler bauen. Können wir uns im Moment nicht leisten, weil wir das Geld dafür nicht haben. Aber ihr seht, der würde zehn Bevölkerungen kosten. Und ich glaube, diese Bevölkerung würde aus Rom abgezogen werden. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall verlieren wir von 145 auf 135. Wenn ich jetzt mit dem Siedler dann irgendwo wieder eine Stadt gründe, dann kommen die zehn wieder dazu. Denn diese Stadt wird ja gegründet und dort sind die dann drin. Mit Stärke 1 gewissermaßen. Ja, und so banal ist das. Insofern, ein Siedler erschafft nicht irgendwie Bevölkerung, sondern widmet sie nur um, bringt sie woanders hin. Logischerweise. Wie erzeugt man nun Bevölkerungswachstum? Eine Sache hatte ich euch schon erzählt, wenn Städte nichts tun, wenn sie nichts produzieren, dann prosperieren sie ein bisschen besser in der Hinsicht. Wir sehen hier im Moment, wir haben ein Gewinn, Bevölkerungsgewinn von 0,02. So. Und den kann man aber beeinflussen, das Bevölkerungswachstum, indem wir Geburtenpolitik betreiben. Das kann man entweder auf der Staatsebene machen, indem wir Zuschüsse der Bevölkerung geben, für ihren Lebensunterhalt. Hier seht ihr das. Oder man macht das auf Stadtebene. So. Wenn man das differenzierter machen will. Der Punkt ist, es werden jetzt hier keine genauen Werte angezeigt, wie jetzt das Wachstum sich verändert. Das haben die Entwickler absichtlich gemacht, weil sowas auch nicht genau planbar ist. Es ist nur klar, je mehr man gibt, umso mehr Bevölkerung wächst dann am Ende. Das ist so. Da gibt es natürlich ein Verhältnis. Das ist aber nicht umsonst, sondern je höher man das setzt, umso höher ist der Verbrauch der Bevölkerung in den einzelnen Städten. Insofern muss man jetzt wirklich gut abwägen. Hat man denn die Ressourcen zur Verfügung, um das Ganze zu finanzieren? Ja, das ist wirklich ein ganz cleveres System. Ich schalte jetzt einfach mal auf Moderat. Und wir können ja mal beobachten, wie sich unsere Geburtenrate dadurch verändert. Ich weiß auch nicht, ob das sofort passiert. Oder später. Das werden wir sehen. Gut. Soweit erstmal dazu. Ich gehe nochmal jetzt die Ressourcen durch, um nochmal kurz zu erklären. Also wir sehen, Gold bekommen wir um 7,2 pro Runde. Aber Gold wird auch verbraucht von Einheiten. Und im Moment hier durch diese Geburtenunterstützung. Hier werden aber nur eine Einheit wird hier nur angezeigt. Die Prinzip ist im Moment, weil wir die hier rekrutieren. Da bin ich mir immer noch nicht hundertprozentig sicher, wie das genau funktioniert. Das hat was damit zu tun, dass bestimmte Einheiten diese Eigenschaft haben, dass sie eine wirtschaftliche Einheit sind. Warum auch immer. Das heißt, sie verbrauchen im Moment nichts. Ich weiß nicht, ob das ein Dauerzustand ist oder keine Ahnung. Ich weiß es einfach nicht. Das will ich hier nochmal beobachten. Aber diese Einheit, die hier gerade in Neapel entsteht, die verbraucht Gold und Nahrung. Und so ist das normalerweise auch. Einheiten verbrauchen Gold und Nahrung. Kohle wird vor allem gebraucht, das wird einem hier auch noch ein bisschen erklärt, in den Städten. Und die Schmiede verbrauchen wohl auch irgendwie Kohle. Noch ist hier nichts gebaut, deswegen konsumiert er auch noch nichts. Aber die brauchen Kohle. Steine werden für Bauen und in den Städten gebraucht. Eisen vor allem beim Ausheben der neuen Einheiten. Aber auch in den Städten Getreide ebenfalls. Getreide hatte ich schon erklärt. Das geht auch verloren. Das kann man nicht unendlich lagern. Holz wird auch zum Bau genutzt. Und jetzt kommen wir zu diesen beiden interessanten Sachen. Wissen und Einfluss. Beim Wissen haben wir das das letzte Mal schon so ein bisschen gesehen. Es gibt hier tatsächlich Technologien und einen Technologiebaum. Und zum Erforschen wird eben Wissen ausgegeben. Pro Runde gewissermaßen. Und man konnte das bei der Auswahl, habt ihr vielleicht gesehen, wir brauchen 8,2, um das jetzt noch zu erforschen und einen gewissen Goldanteil. Genau, da ist auch viel Gold hingegangen, dass wir das jetzt erforschen. Jetzt bin ich hier raus. Genau, dafür braucht man das Wissen. Je mehr Wissen man hat, umso schneller kann man logischerweise forschen. Das ist erstmal ein relativ banaler Zusammenhang. Ihr seht hier schon den Techbaum. Ich scrolle mal ein bisschen rechts rüber. Das ist sehr interessant. Vor allem finde ich ganz cool, dass man viele Sachen oder einige Sachen noch unbekannt sind. Das ist eine sehr schöne Idee, weil man ja am Ende nicht so zielgerichtet forscht bei dieser Geschichte. Ich will jetzt nicht auf die einzelnen Sachen eingehen. Dazu kommen wir vielleicht später nochmal. Ich will euch nur das Grundprinzip einmal gezeigt haben. Einfluss ist auch eine richtig interessante Sache. Mit Einfluss kann man, ja, kann man sozusagen expandieren ohne Krieg. Wenn wir zum Beispiel auf Ravenna gehen, dann ist Ravenna eine Stadt, die unabhängig ist, die zu keiner Fraktion gehört. Das zeigt dieses Fragezeichen hier an. Und ich könnte jetzt versuchen, Ravenna zu beeinflussen. Dazu brauche ich ein bisschen Gold. Und vor allem brauche ich eben Einfluss. Und zwar 30 im Moment für Ravenna. Ich bin mir ziemlich sicher, das hängt auch mit der Größe dieser Stadt zusammen. 3,30 könnte ich mir gut vorstellen, dass das der Zusammenhang ist. Das heißt, wir müssen jetzt, wir kriegen jede Runde im Moment zwei. Wir müssen also jetzt, ja, ein paar Runden warten, um diese 30, 14 Runden oder so warten, um diese 30 zusammen zu haben. Und dann könnten wir Ravenna auf friedlichem Wege integrieren in unser Reich. Das ist auch eine interessante Option. Als letztes will ich noch hinweisen auf Happiness. Das ist auch erstmal so ein ziemlich unklarer Wert. Ich weiß auch nicht so richtig, wie der sich zusammensetzt. Wird auch nirgendwo erläutert. Aber auf jeden Fall ist er wichtig und zeigt an, ob es hier ein Risiko gibt für Revolten und Desertationen. So etwas gibt es nämlich tatsächlich. Einheiten können desertieren. Und das hat irgendwie einen Einfluss auf die Armeegröße, sehe ich. Halt! Nein, warte mal. Könnte es sein, wir haben genug Reserven plus 2%. Von unserer Regierungsform kriegen wir 5%, sind 7%. Und unsere Armeegröße 12%. Kommen wir immer noch nicht auf 23%. Ah, okay. Das ist interessant hier zum ersten Mal. Entweder eine zu starke oder eine zu kleine Armee hat Einfluss auf die Zufriedenheit unserer Bevölkerung. Sehr interessant. Sehr, sehr, sehr interessant. Okay, das kann man sich auch noch aufdröseln nach Stadt. Und die Stadt hat auch noch selbst einen eigenen Glücksfaktor, so nenne ich es jetzt mal. Okay, ich würde mal sagen, der Erklärbärteil in dieser Runde, in dieser Folge ist jetzt ausgeschöpft. Wir sollten ein bisschen weitermachen. Und vor allem hier weiter gegen Epirus vorgehen. Ich denke, wir fahren mal mit unserer Galerie hier weiter. Ja, und wir sehen, Epirus hat hier drüben ja noch Land. Und sie bereiten möglicherweise eine Verschiffung dieser Einheit vor. Und das versuche ich jetzt zu verhindern. Oder zumindest das im Auge zu behalten. Wir können uns aber noch 5 Felder bewegen. Deswegen bewege ich mich mal mit 2 Felder hier hin. Ein Feld da hin. Sehe noch ein bisschen was und fahre hier wieder zurück. Okay. So. Ich weiß nicht, was Kartago hier will. Der hat eine Kampfstärke von 5. Das ist ja der Wahnsinn. Trireme. Was haben wir hier für eine Kampfstärke? Wir haben eine von 2. Okay, wir sehen, Kartago ist uns haushoch überlegen auf hoher See. Mit dem können wir es ja überhaupt nichts. Äh, äh, aufnehmen. Gut, unser kleines Boot bringen wir trotzdem weiter Gensu. Wer weiß, wozu es noch gut sein wird. Und hier denke ich, na, unsere Armee ist noch ziemlich angeschlagen. Ein Angriff auf die Stadt wäre, glaube ich, jetzt ziemlicher Wahnsinn. Obwohl er sagt, das wäre gut möglich, das zu tun. Absolut Überlegenheit, sagt er mir. Gegen eine Viererstadt. Wollen wir das wagen oder wollen wir lieber die Goldmine angreifen? Nee, das ist jetzt Diplomatie. Die wollte ich im Moment noch nicht betreiben. Ich wollte mir eigentlich die Stadt nochmal angucken. Aber leider werden einem hier nicht genaue Informationen mitgeteilt. Tja, Leute. Ach komm. Wir machen es jetzt einfach. Okay, wir waren nicht erfolgreich. Wir wurden zurückgeschlagen. Hatte ich doch das richtige Gefühl. Hm. Gut, aber wir haben offenbar keine großen Truppen verloren, wie es aussieht. Wir haben mit 2,8 gestartet und sind jetzt auch wieder bei 2,8. Haben immer noch ein bisschen Erfahrung gewonnen. Na, hätten wir ihm mal das Gold weggenommen. Das wäre vielleicht besser gewesen. Nun ja, er hat sich jetzt zurückgezogen. Erstmal aus dieser Schlacht. Gut, dann gucke ich mal, was wir weitermachen. Ach, das ärgert mich. Ähm, mit den Truppen gehen wir, glaube ich, dann mal hier auch in Richtung Barium. Hatte jetzt sein Gold noch weiter. So, ich will erst mal die Truppen ziehen. Wobei, der müsste ja eigentlich automatisch ziehen. Den bräuchten wir eigentlich nicht weiter zu bewegen. Dann überlegen wir mal, was wir jetzt mit den Siedlern machen. Also, wir haben hier oben einen Siedler und da wollte ich gerne jetzt unsere Minen anschließen. Was ist eigentlich mit dieser Minen? Die ist nach Perusia verbunden. Okay. Eisen. Also, Gold ist jetzt, glaube ich, das Wichtigste. Deswegen verbinden wir jetzt mal diese Mine mit unserem Straßennetz. Und bekommen dann mehr Gold. So, und dieser Siedler. Mein Plan ist es jetzt hier unten, zwei Siedlungen zu erschaffen. Ich würde mal sagen, eine vielleicht hier. Ja. Oder vielleicht hier sogar. Das heißt, sie könnte möglicherweise, wenn sie hier Schiffe baut, als Hafen in beide Richtungen gelten. Das wäre natürlich ganz cool. Das Problem ist, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich lieber jetzt zuerst diese Siedlung bauen will oder zuerst eine Straße darunter bauen will. Um sie gleich anzuschließen und militärische Bewegung besser zu machen. Ich glaube, ich mache das. Ich baue erst mal eine Straße. Hier sollte die Siedlung hin. Ich baue mal eine Straße hier hin. So, legt mal los mit dem Straßenbau. So, und hier wollten wir aber jetzt Siedlungen gründen. Und noch bin ich mir nicht darüber im Klaren, wo der Besserort ist. Hier sind wir sehr nah an Neapel dran. Das gefällt mir eigentlich nicht. Vielleicht hier hinten. Ich habe dafür jetzt noch ein bisschen zu wenig Erfahrung, was jetzt gute Orte für Stadtgründung sind. Hier ist ja auch Barium. Das wollen wir auch noch einnehmen. Aber wir gründen hier die Stadt. Das kostet uns 10 Holz. Oh ja, das ist also das Wichtigste bei einer Stadtgründung, sehen wir gerade. Und ein Gold, das können wir uns gerade noch so leisten. Und Steine, das ist in Ordnung. Bauen wir hier unsere erste Stadt. Sipontum, soll sie heißen. Okay. Gut. Das dauert allerdings jetzt ein Weilchen. Mehr können wir nicht mehr machen. Ich gehe nochmal kurz hin. Aber wir gucken uns trotzdem Sipontum einfach schon mal an. Zwei Runden dauert das. Dann ist sie soweit. Okay. Immerhin ein Fortschritt. So, aber wir sehen, wir sind nicht... Ich hatte eben doch 145, glaube ich. Ich habe jetzt also nicht plus 10 hier bekommen, nachdem der Siedler hier die Stadt gegründet hat. Also, so ganz so direkt ist der Zusammenhang nicht. Vermutlich kostet es sogar Bevölkerung, wenn man Siedler kauft und woanders losschickt. Da gibt es immer Verluste. So, mehr möchte ich jetzt erstmal nicht machen. Wir gucken mal, was im Rundenwechsel passiert. Okay. 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 Unsere Armee bewegt sich. Oh. Da kommt vorhin woanders, ne? Eine Armee. Gen Süden. Eine Epirus-Armee. Ähm. Marseille gründet eine Stadt. Okay. Und unsere Legion geht noch ein bisschen weiter. Habe ich hier gerade gesehen, dass hier eine Armee im Weg gelandet ist? Es kam mir fast zuvor. Gut. Wir gucken erstmal, was passiert ist. Da können wir hier nochmal raufklicken und die Nachrichten. Also. Ähm. Die Reparatur hier ist erledigt. Erstmal. Aber. Repair Map Item in two turns. Offenbar kann es sein, dass hier gerade noch ein Angriff stattgefunden hat, der das Ganze wieder kaputt gemacht hat. Es könnte sein. Mir war ja auch so. Wir haben hier eine Truppe gesehen. Also die Reparatur. Insofern, ich hatte schon befürchtet, dass die Reparatur Quatsch war. Jetzt hat sich das erwiesen. Sie war Quatsch. So. Gucken wir uns erstmal den Schmied an, der jetzt hier durch ist. Und jetzt gucken wir uns an, wie der jetzt die Produktion verbessert hat. Ah ja. Das sehen wir, glaube ich, erst in der nächsten Runde. Weil das jetzt erst fertig gebaut ist. Im Moment sehe ich nämlich noch keine Verbesserung. 1,3. Hm. Okay. Warum sind die Zahlen so ein bisschen rot? Weil ich... Ich weiß es nicht, was der Grund ist. Gut. Unsere Legion ist hier gebaut. Okay. Mehr interessante Nachrichten gab es jetzt erstmal nicht. Ja, Leute. Dann gucken wir mal weiter. Also der hat sich hier erstmal zurückgezogen. Das ist erfreulich. Ich habe das Gefühl, dass wir hier vielleicht irgendwie gern süden mal gehen müssen, um da nach dem Rechten zu sehen. Könnte es sein, dass hier Fuck of War besteht. Hm. Aber eigentlich ist das ja unser Gebiet, ne? Das dürfte nicht der Fall sein. So. Hier will ich jetzt aber endlich diese Böde Röntgenwurm angreifen. Versuchen wir das nochmal. Okay. Das hat geklappt. Aber ihr seht es unter großen Verlusten. 780 Männer habe ich verloren. Damit ist unsere Stärke hier weiter gesunken. Allerdings unsere Moral gestiegen und wir haben sogar ein bisschen Gold gewinnen können durch die Aktion. Gut. Immerhin, er hat Gold verloren. Das ist doch auch nicht ganz so unwichtig. So. Barium liegt jetzt isoliert. Aber ich sehe dort Peltasten. Das könnte aber auch nur die Spezialisierung sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob er dort welche installiert hat. Aber zum Glück haben wir jetzt hier zwei Legionen, die bald im Anmarsch sind. 4, 5, 1, 4, 4, 2. Ich weiß nicht, warum die 5 hat im Moment. Durch diesen Attack-Bonus 50. Vielleicht. Die andere ist in der Stadt und hat eben nicht das richtige Terrain. Ja, alles klar. Das ist der Grund. Gut. Dann gehen wir jetzt mal mit der Einheit in Richtung gegnerische Stadt vor. Und hier ziehen wir, denke ich, auch südwärts. Die Straße ist leider noch nicht fertig. Später wird sie uns irgendwann mal helfen. So, wir werden jetzt mal hier mit dem Boot näher ranfahren, um zu sehen, ob da sich noch ein Gegner befindet. Möglicherweise ist der auch gestorben beim Angriff auf die Mine. Das ist alles möglich. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir diese leichte Truppe gen Süden beordern. Dass die hier vielleicht doch nach dem Rechten schaut. Ach, schaut mal. Die sind auf die Schiffe wiedergegangen. Das ist der Grund. Das ist der Grund. Jetzt können wir eigentlich mit unserer Galere, oder was das eigentlich vom Schiffstyp ist. Ja, Galere. Mit der könnten wir jetzt eigentlich mal agieren. Und vielleicht hier in den Eingriff fahren. Ja. Wir haben gute Chancen für ein Gewinn. Das Feld ist nicht ganz, wird nicht ganz versorgt. Na, mal gucken. Ich meinte, da drin sind Einheiten, glaube ich. Wir müssen. Ja, ja. Beide Seiten haben Verluste erlitten. Der Gegner hatte dort 6000 Soldaten. Wir haben jetzt Stärke 2,2 gegen 2,1 angegriffen. Oh mein Gott. Wir hatten 6000 Verluste. Der Gegner hat nur 1355. Oh Gott. Wir haben es echt schwer erwischt. Und können von Glück reden, dass wir nicht auf den Grund des Meeres versenkt wurden. Das ist natürlich jetzt fatal. Oha. Damit ist unsere Sicherheit jetzt hier eine Invasion zu verhindern dahin. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob man am besten diese Armeen heilen kann. Ich glaube, wir müssen in der Nähe von, nach Ascolum. Oder vielleicht können wir hier... Ne, wir müssen erstmal warten, bis die Stadt gebaut ist. Eieiei. Das ist jetzt echt bitter. Und möglicherweise verfolgen sie uns auch noch. Wir können uns jetzt nicht weiter bewegen. Oha. Oha. Ein harter Schlag. Gut. Diese Goldmine, die ist auch zerstört. Und die sollten wir reparieren. Kostet uns sechs Steine. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob sie irgendwo hin ihr Gold bringt. Weil zum Beispiel hier sehen wir es. Diese Goldmine, die hat keine Stadt. Die Städte sind offenbar zu weit entfernt. Das ist ganz interessant. Insofern ein Grund mehr, hier in der Nähe eine Stadt zu bauen. Okay, Leute. Gut. Wir machen an dieser Stelle erst einmal Schluss. Wir haben, glaube ich, die Einheiten erstmal soweit alle bewegt. Wir gehen dann das nächste Mal in die nächste Runde. Und dann wollen wir mal sehen, ob sich das hier... Wie das hier mit unserer Flotte weitergeht. Also das war ja eine harte Niederlage. Ich dachte, wir können da bestehen. Aber die Römer, die sind eben zumindest zu dieser Zeit doch nicht ganz so gut auf hoher See. Also bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Steinball.